Getrieben, rastlos, einer der größten Tänzer des 20. Jahrhunderts, Václav Nijinsky. Sein Leben, jetzt als Ballettstück, inszeniert von Marco Göke, einem der spannendsten Choreografen unserer Zeit. All die Erfolge und Eklats seiner Karriere. Nijinsky war der Star des Ballets Rüs, von Selbstzweifeln zerrissen. Im eisern, disziplinierten Körper eines Tänzers geriet seine Seele aus den Fugen. Abstieg in den Wahnsinn. Marco Göke zeigt die Schönheit hinter dieser Verzweiflung. Untertitelung des ZDF, 2020